Profitänzerin Patricia Ionel hat sich zum Let's Dance aus ihres Schützlings Tilman Schulz geäußert. Für Tilman Schulz ist die Welt trotz seines Ausscheidens bei Let's Dance in Ordnung. Nach der zweiten Entscheidungsshow erklärte er in einem Livestream auf Instagram, alle seine Ziele in der RTL-Show erreicht zu haben. Tilman Schulz nimmt sein Ausscheiden sportlich. Ich hatte mit Patricia meine Wunschpartnerin und bin nicht in der ersten Runde rausgeflogen. So Schulz, ich sehe das wie in meinem Job. Wenn ich einen Auftrag nicht kriege, dann war einer besser. Das war einfach so, also alles wunderbar. Ich bin stolz, meine Komfortzone verlassen und etwas gewagt zu haben. Das Ausscheiden sei zwar schade, aber ich freue mich für alle Paare, die weiter sind. Auf der Tanzfläche waren zuvor die Nerven mit dem Unternehmer durchgegangen. Ich hatte total den Blackout und habe gefühlt alles vergessen. Ich habe mich die Woche halt echt reingehängt, nur um im entscheidenden Moment alles zu vergessen, berichtete er. Inzwischen hat sich auch Patricia Ionel, die im vergangenen Jahr mit Philipp Boy bis ins Let's Dance-Finale gekommen war, zum Verlauf des Abends geäußert. Patricia Ionel erklärt Tilman Schulz aus. Es ist schade, dass meine Reise bei Let's Dance in diesem Jahr so kurz war, so Ionel, aber das kann man nicht ändern. Wir haben natürlich alles gegeben und es ist einfach schade, was in der Live-Show passierte. Man gibt alles beim Training und dann geschehen solche Sachen. Sie habe versucht, Tilman aus seinem Blackout rauszuziehen, aber das hat einfach nicht geklappt. Umso mehr habe sie sich für Schulz gefreut, dass das Publikum die Trainingsmühlen ihres Schülers bei der ersten Hebung mit frenetischem Applaus bedachte. Das gibt natürlich Kraft und Power weiter zu tanzen, aber Tilman hatte in diesem Moment so eine Blockade im Kopf und war unfassbar nervös. Da konnte ich ihn nicht mehr rausholen. Ich bereite meinen Promi immer vor, dass bei der Live-Show alles passieren kann. Und weiter. Du musst einfach bereit sein, weiter durchzuziehen, ohne dich ablenken zu lassen. Einfach weiter tanzen wie im Training, in General- und Durchlaufproben. Ich weiß nicht, wo Tilman in diesem Moment war. Es ist schade, aber was in einer Live-Show passiert, kann man nicht mehr ändern. Dabei haben wir so gut angefangen. Tatsächlich seien auch Promis, die bereits Erfahrungen mit TV und Kameras haben, vor den Let's Dance-Auftritten nervös. Beim Tanzen ist es noch einmal anders. Man muss lernen, diese unfassbare Konzentration, die man beim Tanzen hat, in einer Live-Show beizubehalten. Und das ist wirklich nicht einfach. Jetzt wird Patricia Ionel ihren Mann Alexandro beim Training mit Sophia Thiel unterstützen. Und das ist noch hey, dass wir auf der Verweiget wurde. Das ist noch Hey. Das ist noch länger, als ich weiß nicht nur einer anderen Seite Vielen Dank.